The grass is always greener on the other side. Ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe und den ich auf keinen Fall möchte, dass du das zu Hause nachmachst, ist, ich bin vom Businessmodell zum Businessmodell gesprungen und dachte, das andere Modell ist viel, viel, viel leichter und ich kann da viel, viel leichter Geld verdienen. Dem ist nicht so, denn jedes Businessmodell, egal was, hat Vor- und Nachteile. Aber es gilt nur auf die Vorteile, sich zu konzentrieren und zu fokussieren und die Vorteile auszunutzen und mit den Nachteilen zurecht zu kommen. Aus diesem Grund gehen wir heute nicht nur auf die Vorteile von Dropshipping ein, sondern auch auf die Nachteile und schauen das Ganze uns mal objektiv an und schauen, ob das ein perfektes Anfänger-Business ist oder nicht. Intro! Kein Geschäftsmodell ist perfekt. Jedes Geschäftsmodell, egal welches, hat sowohl Komplikationen als auch immense Vorteile. Die Frage, die du hierbei stellen musst, ist, auf was liegt dein Fokus? Auf was möchtest du dich konzentrieren? Hier unten habe ich ein Zitat. Sei dir den Nachteilen bewusst, doch konzentrier dich 99% der Zeit auf die Vorteile und mache das Beste daraus. Man findet immer eine bessere Möglichkeit. Die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken immer süßer. Es ist nicht immer schwarz und weiß. Auch als Arbeiter hast du viel mehr Vorteile, aber gleichzeitig auch Nachteile als gegenüber der Selbstständigkeit oder dem Unternehmertum. Beispielsweise hast du als Arbeiter sicheres Geld, kein Umsatzdruck, muss keine Steuererklärung machen, brauchst kein Finanzberater, kein Anwalt und keine zusätzlichen Versicherungen. Auf der anderen Seite musst du Tag für Tag aufstehen und für jemand anderen arbeiten und hast eben diese Grenze gesetzt. Kannst auch immer ein gutes Geld verdienen, aber nicht so frei leben wie als Unternehmer. Nicht so nach deinen eigenen Prinzipien, Maßstäben und nach deinem eigenen Unternehmen leben. So, Nachteil Nummer 1 besteht ganz klar daraus, dass Dropshipping keine Eintrittsbarriere hat. Und viele springen jetzt auf, der Puls hat sich maximal erhöht, Herzschlag ist auf 2.000 und sagen, hey, das ist doch gut, dass wir kein Geld in die Hand nehmen müssen, um dieses Business zu starten. Stimmt, auf der anderen Seite ist es gut, aber andererseits, wenn du für einen Einzelhandel 10.000, 20.000, 30.000 Euro investiert hättest, würdest du nach einer Woche herkommen und sagen, ach, das funktioniert einfach nicht. Dieses Businessmodell funktioniert nicht. Oder würdest du sagen, ich muss das jetzt zum Laufen bringen. Ich muss jetzt mit Herzblut der Wetter, ich muss Tag für Tag arbeiten und das zum Laufen bringen. Im Dropshipping hast du vielleicht, sagen wir mal, eine Eintrittsbarriere, also mit Geldtechnischen von 40, 50, 100, 200 Euro. Im Einzelhandel sind das 10, 20, 30.000. Du musst Waren kaufen, du musst dein Lager aufbauen, du musst der Arbeiter bezahlen. Im Dropshipper kennen diese Probleme nicht. Aber gleichzeitig haben sie eben keine Eintrittsbarriere. Und da sie keine Eintrittsbarriere haben, da sie kein finanzielles Investment vornherein getätigt haben, geben diese Leute viel, viel schneller auf. Vorteil Nummer 2 besteht aus dem Qualitätsmangel mancher Produkte. Die Sache ist die, wenn du nicht gescheite Lieferanten auswählst, wenn du nicht gescheit Research davor betreibst, dann kann es vorkommen, dass die Qualität deiner Artikel nachlässt. Du wirst am Anfang eine große Bandbreite an Produkten testen müssen, bis du deine richtige Nische gefunden hast, bis du gefunden hast, welche Produkte du gut verkaufen kannst. Und am Anfang könnte es sehr teuer werden, jedes Produkt nach Hause zu bestellen. Darum empfehle ich, teste erstmal viele Produkte und die gut laufenden Produkte kannst du dir nach Hause bestellen. Du kannst abchecken, wie schnell der Lieferant liefert, wie die Qualität der Produkte ist und wie dein Lieferant auf Beschwerden reagiert und wie er das handelt. Der dritte Nachteil besteht daraus, dass der Einkaufspreis einzelner Artikel einfach teurer ist, als wenn du eine große Menge an Produkten bzw. an Stückzahl kaufst. Was du machen kannst ist, wenn sich ein Produkt gut verkauft und du siehst, okay, ich brauche mehr von diesem Produkt, du kannst auf eine Seite gehen, die heißt Alibaba und du kannst es erstmal branden lassen, das heißt deine eigene Marke drauf tun und mehr im Nachhinein verlangen und zweitens eine größere Stückzahl bestellen, um somit deinen Einkaufspreis zu senken. Nummer 4 sind ganz klar die Lieferzeiten. Viele Dropshipper greifen auf Lieferanten aus China, Hongkong, Indonesien usw. zurück und diese Lieferzeiten sind in den meisten Fällen langsamer. Was du machen kannst ist, erstens ePacket auswählen immer wieder, dass dein Kunde die Artikel orten kann und Nummer 2 ist, guten Kundenservice betreiben. Das heißt, auf die Fragen antworten, die Lieferzeiten richtig angeben und vornherein, dass es im Nachhinein keine Probleme gibt und Nummer 3 ist, natürlich musst du nett zu deinen Kunden bleiben. Kunde ist König, wenn du jetzt zum Beispiel hinschreibst, Lieferzeit zwei Wochen und der schreibt dir nach zwei, drei Tagen eine E-Mail, denkst du natürlich erstmal innerlich, wieso liest dieser Typ nicht diese Angaben, wieso schreibt er mir jetzt, besonders am Anfang, wieso schreibt er mir jetzt nach zwei, drei Tagen, aber sei empathisch, schreib ganz nett, hey, wie wir hier angegeben haben, dauert zwei Wochen, bis die Ware ankommt. Wieso zur Hölle, schreibst du mir jetzt eine E-Mail? Nein, bleibt nett, schreib, hey, es dauert ein bisschen länger, lese bitte nächstes Mal richtig. Das riecht richtig auf. Wenn du so hinschreibst, Lieferzeit, sieben Tage, dann schreiben nach zwei Tagen, wo ist mein Paket? Wir kommen rüber zu den Vorteilen, denn fokussiere dich auf die Vorteile, direkter Fokus auf die Vorteile. Warum sollten wir Dropshipping betreiben? Hier ist eine Liste von sieben Vorteilen. Nummer eins ist wenig Risiko, du hast einfach wenig Risiko, das ist Fakt. Du bist im Voraus nicht gezwungen, Artikel online zu bestellen, zu dir nach Hause zu bestellen, Inventar zu kaufen, und somit hast du kein Risiko, auf der Ware sitzen zu bleiben. Viele lokalunternehmen machen nämlich den Fehler, dass die Produkte im Vornherein bestellen. Viele meiner Freunde, Angehörigen, Familieangehörigen, ich sehe es immer wieder, sie machen den Fehler, dass sie Produkte im Vornherein bestellen, eine riesige Menge und im Nachhinein sehen, oh, niemand möchte dieses Produkt. Ich habe Sorge gemacht, ich habe am Anfang viele Produkte angeboten, viele Produkte gekauft, in größeren Massen, die einfach niemand wollte und ich bin darauf sitzen geblieben. Außerdem benötigst du für deine Produkte kein eigenes Lager, keine Arbeiter und allgemein ist das alles mit sehr wenig Risiko verbunden. Man sieht also, dass das ein sehr kostengünstiger Einstieg in die Selbstständigkeit ist. Du kannst ein erstes Business starten für sehr, sehr wenig Startkapital. Trotzdem kannst du sehr viel Erfahrung sammeln, kannst du sehr viel Geld verdienen hierbei und einfach finanziell frei leben innerhalb von wenigen Wochen, wenn du es richtig machst. Nummer 3 ist, es ist komplett automatisiert. Du hast die Möglichkeit, Geld zu verdienen, während du andere Aktivitäten machst. Beispielsweise kannst du jeden Morgen um 7 Uhr deine Werbeanzeigen checken, schauen, welche Werbeanzeigen gut laufen, diese deaktivieren, andere weiter hoch skalieren und dein Shop ist für den Rest des Tages 24 Stunden lang online und deine Werbeanzeigen arbeiten 24 Stunden lang für dich. Du kannst 24 Stunden lang am Tag ausbezahlt werden. Manchmal wird sogar so sein, dass du die besten Tage, du stehst auf und du hast im Schlaf Geld verdient. Und wer euch sein, war mein erster Verkauf im E-Commerce damals nämlich so. Ich bin am Morgen aufgewacht, meine Morgen umziehen ist, ich gehe erstmal ins Fitness, mache meinen Sport, komme nach Hause, deaktiviere deinen Flugmodus und checke dann erstmal meine Social Media, meine Verkäufe und so weiter und so fort. Und dann findet ihr euch den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, wieso ich denn keine Verkäufe tätige heute. Beziehungsweise überhaupt. Beziehungsweise wo die Fehler überhaupt liegen. Wieso ich einfach keine Verkäufe, keine Umsätze generiere. Und ich hatte aber vor 8 Stunden, nämlich Mitternacht oder um 23 Uhr ungefähr, am vorherigen Tag, während ich geschlafen habe, meinen ersten Verkauf gemacht und 70 Euro Gewinn gehabt. Vorteil Nummer 4 ist, Online-Marketing funktioniert immer wieder nach demselben Prinzip. Das heißt, ich habe vor einiger Zeit mal eine Bergsteiger-Analogie gelesen und die hat mich von mir an Online-Marketing erinnert. Warum? Stell dir mal das vor. Du besteigst an den großen Berg und du hast ja morgen deine Sachen gepackt, du hast dich vorbereitet und du bist heiß drauf, diesen Berg zu besteigen. aber der Weg ist lang, es ist anstrengend, du bist immer wieder müde, du entscheidest dich mal zu schlafen, mal zu pausieren, mal zu zelten und es dauert mehrere Wochen, vielleicht sogar mehrere Wochen, äh Monate, bis du die Spitze erreicht hast. Aber nachdem du die Spitze erreicht hast, ist die Aussicht unglaublich schön. Diese Aussicht kann man vergleichen mit dem finanziellen Selbstvertrauen, das man bekommt, wenn man Online-Marketing gelernt hat. Der Anfang ist schwierig, keine Frage, du musst erstmal lernen, worauf der Markt steht, wie du verkaufen kannst, worauf die Kunden antriggern und alles. Aber sobald du das gelernt hast, ist es immer wieder so gut wie dasselbe Prinzip. Wenn du beispielsweise Dropshipping kannst, kannst du auch deine eigenen Produkte verkaufen, du kannst Kurse verkaufen, du kannst Bücher verkaufen, ist es immer wieder dasselbe. Sobald du einmal Erfolg hast, gilt mehr vom selben. Mehr Produkte, mehr Werbeanzeigen. Der fünfte Vorteil ist, du hast eine riesige, eine riesige Produktauswahl, unendlich viele Produkte hast zur Verfügung. Es gibt tausende Dropshipping-Lieferanten, die dir Produkte zur Verfügung stellen können. Alles was du machen musst, ist die Produkte in einen Shop zu übernehmen und sobald ein Kauf getätigt wurde, erst zu bestellen. Das heißt, du kannst so viele Produkte, wie es nur geht, in einen Shop integrieren und dein Sortiment riesig ausweiten. Der sechste Vorteil ist, du kannst deine Preise selbst bestimmen beziehungsweise die gewinnen. Ein Beispiel hierfür ist Kylie Jenner. Sie ist nämlich eine US-amerikanische Reality-TV-Teilnehmerin. Unternehmerin und Model. Sie hat vor wenigen Monaten oder Jahren, ich glaube vor einem Jahr, einen Online-Shop für Kosmetik geöffnet und ähnliche Produkte, also ich möchte jetzt nichts angreifen, also ich sage nur ähnliche Produkte, habe ich auf AliExpress für 1, 2, 3, 4, 10, 20 Euro gesehen und sie verkauft, ähnliche Produkte, ich sage nicht die gleichen, für 200, 300 Euro. Und meine Cousine hat es gekauft. Nummer 7 ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, warum ich liebe meine Freiheit, ich liebe es, Standortunabhängig zu sein. Du kannst dein Online-Shop von überall aus steuern. Du benötigst lediglich deinen Laptop, eine Internetverbindung und das Wissen. Die ersten zwei Sachen benötigst du, das dritte zeige ich dir hier auf diesem Channel. Jeden Abend um 18 Uhr ein neues Video. Abonnieren, falls du noch nicht abonniert hast. Weil du hohe Umsätze erzielst, kannst du außerdem deinen Kundensupport outsourcen und hast somit noch mehr Zeit für dich, für deine Hobbys, für neue Unternehmen, für alles andere, was du in deinem Leben machen möchtest. Mein Fazit, es ist das perfekte Geschäftsmodell, um mit E-Commerce die ersten Erfolge zu erzielen, eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, vielleicht sogar den Main Job zu kündigen, und erstmal finanziell frei zu leben. Erstmal, wie viel brauchen wir fürs Leben? 1.500, 2.000 Euro Gewinn im Monat, Hauptjob kündigen, Fulltime E-Commerce und immer mehr lernen, aber wir wollen natürlich erstmal mit den ersten Schritten anfangen. Jede Reise, jede unendlich lange Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, verkauft erstmal die Artikel von anderen Leuten, macht Dropshipping, startet deinen ersten Job und nachdem du das alles gelernt hast, nachdem du 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat verdienst, kannst du deine eigene Produkte kreieren, verkaufen und noch mehr Spaß am Leben haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr wisst Bescheid, jener ab um 8.00 Uhr ein neues Video auf diesem Channel at Apostoli und ich habe noch ein Geschenk für dich, 40 heiß begehrte Nischen für E-Commerce habe ich unten in der Beschreibung, kannst du dich einmal anmelden und bekommst ihn sofort per E-Mail zugesendet. Außerdem noch Lektionen aus meinem täglichen Leben, das was mich gerade in meinem täglichen Leben berührt, stört, freut und so weiter. Letzte Ansage noch, zwei Bücher habe ich zu diesem Thema, falls du eine Allround-Informationsquelle über diese Thematik haben möchtest, passives Einkommen durch Dropshipping Nummer 1 oder Online-Geld verdienen durch T-Shirts wird alles gut aufgeklärt. In diesem Sinne, Peace out, besorgt dir Bücher falls du Interesse hast, falls nicht, ist auch in Ordnung und wir sehen uns morgen um 18.00 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.